Und dann Moinsen zu dem Tipp-Video zu Das sagt die Statistik, vielleicht kürzen wir es auch irgendwann ab mit DSDS, das ist irgendwie auch ganz witzig. Spieltagstipp-Video, haben wir es schon ein paar Mal gemacht, sage ich es trotzdem nochmal in ein bisschen anderen Stil, also als Fan von Statistiken und eben auch als Fan von einem Klub im Abstiegskampf, tippe ich den gesamten Spieltag, klar, aber der volle Fokus auf den Abstiegskandidaten, auf Statistiken, Bilanzen, Formen von den Klubs in den Partien und wir haben diesmal echt einen ordentlichen Abstiegskampf Samstag, eine ordentliche Konferenz vor uns. Ich starte auf Platz 14 mit Bochum in der Konferenz gegen RB Leipzig, in direktem Duell mit Heimrecht für Bochum gab es nur Leipzig Siege im letzten, hier sind es 8 Spiele, es sind zwar immer 10, aber es gibt nur 8 Spiele bei den beiden Klubs, heim und auswärts auch alles Leipzig Siege. Es ist das Duell Platz 14 gegen Platz 3, knackige 23 Punkte Unterschied, Platz 15 der Heimtabelle gegen Platz 9 der Auswärtstabelle, Bochum aktuell schwächer in Form, jetzt aber der erste Sieg nach vier Niederlagen wieder, dieser auswärts, Bochum eigentlich klar heimstärker, wenn man so sagen kann, Leipzig in der Liga gut, Champions League war halt ein harter Brocken, der Gegner hat zwei Siege, ein und schien zwei Niederlagen, letztes Spiel von Bochum war ein 2-0-Sieg beim 1. FC Köln, das letzte Spiel von Red Bull war die 7-0-Klatsche bei Manchester City, statistisch gibt das natürlich trotzdem einen Leipzig-Sieg her, was auch gut wäre für unsere Klubs da unten im Abstiegskampf. Auf Platz 15 dann Hertha BSC, zwei fliegen mit einer Klappe hier wieder, weil es ein direktes Duell ist in Hoffenheim. In direkten Duellen mit Heimrecht von der TSG hat die Hertha die Nase vorn, in den letzten zehn Spielen insgesamt geht die Tendenz auch in Richtung zur alten Dame. Es ist das Duell Platz 18 gegen Platz 15, enge zwei Punkte Unterschied nur, ist ja alles eng da unten und jetzt hat der Kracher bei der Partie, es ist Platz 18 der Heimtabelle gegen Platz 18 der Aussatz-Tabelle, also von den Tabellen her, Heim- und Aussatz-Tabellen her, der schlechteste Heimverein gegen den schlechteste Aussatzverein, das ist ja schon ziemlich wild, auch kein guter Vorbote, was Qualität und ein geiles Spiel angeht, an und für sich statistisch gesehen, für dieses direkte Duell. Hertha in den letzten fünf Spielen mit zwei Siegen, ein Unschied, zwei Niederlagen, alle Punkte eben auch zu Hause geholt, ne. Hoffenheim grandios beschissen in Form aktuell, also fünf Niederlagen, ich habe auch in den letzten fünf ein, eigentlich, unbevollständigkeitshalber, sind es acht Niederlagen am Stück. Letztes Hertha-Spiel ist 1-1 gegen Mainz und Hoffenheim durchaus dramatisch und, ja, auch unglücklich, 2-1 verloren in Freiburg. Hertha gegen Hoffenheim oder Hoffenheim gegen Hertha, so rum, ist dann auch laut den Medien ein Endspiel für Hoffenheim-Trainer Pentegrino Matarazzo. Hertha gewinnt auswärts nicht, Hoffenheim zu Hause und eigentlich generell nicht, klingt nach einem Hertha-Sieg oder einem Unschieden vielleicht noch, wenn man das mit reinigt, wie wichtig das Spiel für Hoffenheim eigentlich ist. Hoffenheim-Sieg sagt trotzdem hier eigentlich gerade nichts vorher. Auf Platz 16 aktuell wir, der VfB Stuttgart in der Konferenz gegen den VfL Wolfsburg. In direkten Duellen mit Heimrecht für uns haben wir viel öfter gewonnen als der VfL. Letzte zehn Spiele, aber natürlich mehr in Wolfsburger Hand. Letzten Jahre sind nicht wirklich stark bei uns gewesen. Es ist das Duell Platz 16 gegen Platz 8 aktuell, 15 Punkte Unterschied. Platz 16 der Heimtabelle gegen Platz 4 der Auswärtsabelle. Unsere Form in den letzten Spielen ist schwankend, aktuell ein bisschen steigend vielleicht, wenn man so Bayern und Frankfurt sehen will. Immerhin sind wir zu Hause stärker als auswärts, was aber auch keine Kunst ist. Wie gesagt, auswärts seit Jahrhunderten nichts mehr gewonnen. Wolfsburg zuletzt, ja, ganz ordentlich in Form, so ein Sieg, drei Unschieden an Niederlage. Das letzte Spiel von uns war es 1 zu 1 bei Eintracht Frankfurt. Bei Wolfsburg auch ein Unschieden, 1 zu 1 zu Hause gegen Union. Die Bilanz, muss man hier sagen, spricht für uns. Die aktuelle Form spricht für Wolfsburg. Das heißt, die Statistik sagt gerade eigentlich Richtung Unentschieden oder eher vielleicht noch Richtung Wolfsburg, die tatsächlich, weil, wie gesagt, auch 4. in der Auswärtstabelle, werde ich natürlich trotzdem, werde ich nachher auch sehen, auf den VfB tippen. Aber statistisch, ja, peilt darauf eigentlich wenig an. Auf Platz 17 nun Schalke 04, Auswärtsspiel beim FC Augsburg. In Heimspielen von Augsburg gegen Schalke tatsächlich doch ein ordentliches Schalke-Plus. In den letzten zehn Spielen die Bilanz auch ganz klar auf Seite von S04. Das Duell von Platz 13 gegen Platz 17, sieben Punkte Unterschied. Dazu ist das Duell Platz 13 der Heimtabelle gegen Platz 14 der Osttabelle. Schalke zuletzt für einen Abstiegskandidaten echt top in Form, muss man ja sagen. Starke Serie an ungeschlagenen Spielen. Jetzt sind es insgesamt sieben Spiele am Stück ohne Niederlage. Augsburg schwanken in Form, sichern sich eben komplett mit ihren Heimsiegen ab, muss man ja sagen. Das letzte Spiel von Schalke war, wie gesagt, das 2-2-Unentschieden im Revier-Durby gegen Dortmund. Augsburg hat bei den Bayern ziemlich wild mit 5-3 verloren. Statistik sagt, Schalke sind ja auch stark in Form. Der FCA hat halt diese Heimserie. In der letzten vier Heimspiele am Stück gewonnen. Drei mal ein 1-0, einmal ein 2-1. Mittlerweile bekannt geworden dafür die Augsburger Bundesliga. Also spricht das für mich in Summe für ein Unentschieden. Hier ist der Rest des Spieltags natürlich auch noch ausgefüllt und getippt. Gerne eure Meinungen und natürlich auch gerne eure Hoffnungen in die Kommentare. Mit den Tipps über die Tabelle nach dem Spieltag so aussehen, wie es auch hier neben dem tippten Spieltag. Seht natürlich ein großer Schritt möglich. Da unten im Abstiegskampf vor der einenwöchigen Länderspielpause mit der Samstagskonferenz. Da ist was möglich. Wenn Teams patzen, kann es ja schon einige Punkte Abstand geben. Da unten kommt es auf jeden Punkt an. Aktuell wird es sehr, sehr spannend. Da muss ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hier natürlich viel mehr fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.